Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder ein neuer Sport-Vlog. Wir sind heute wieder bei den Thanos-Fightern in Itzstein. Tanja ist bei mir und wir trainieren heute mit Liam. Mal gucken, was er so drauf hat. Wir sind schon nach dem Training, deswegen sind wir schon geschwitzt. Aber jetzt seht ihr mal, was wir alles getan haben. Bis zum nächsten Mal. 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 www.taunusfighter-itstein.de So, jetzt haben wir es. Kommt mal zum Probetraining und es wird euch echt gefallen. Bis dann. Cheerio, Miss Sophie. Ciao. Bis dann.